Einen wunderschönen Abend, liebe Handballfans aus der Sporthalle in Krems. Es gehen in wenigen Augenblicken los. Lass ihr wenig Lücken und da ging der Griff ins Gesicht von Jochmann. Gibt es jetzt vielleicht auch die Zeitstrafe auf der anderen Seite, nein? Dominik Schmitz. Das Spiel, da kommt da richtig viel Energie ins Gegend. Boah, Schatz, ich da gut Platz verschafft am Kreis und lässt sich hier ins Gegend. Boah, Schatz, ich da gut Platz. Boah, Schatz, ich da gut Platz. Boah, Schatz, ich da gut Platz. Es kommen jetzt wieder Eisberge rein bei den Kremsern und wenn ich check, paar starke Paraden waren dabei, zuletzt aber nichts mehr zu halten. Das Spielspieler seid ihr fast noch. Heidu gefangen. Der Linksaußen. Das Spielspielspiel. Das Spielspielspiel. Das Spielspielspiel. Das Spielspielspiel. Das Spielspiel. Das Spielspielpil. Gegen Anton Navitius. Oh, da ging es ins Gesicht, Fragezeichen. Die Dame beendet, schauen wir genau hin. Glicke Hand, ja, Richtung Heiß. Die Dame beendet, schauen wir genau hin. Glicke Hand, ja, Richtung Heiß. Jetzt schauen wir genau hin. Glicke Hand, ja, Richtung Heiß. 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 Vielen Dank.